so auf zum nächsten stadion das nächste ist da guten tag und dann mal dahin natürlich sind wir da um dir zu helfen so ist es aus wie sieht es denn im stand der dinge die leute sind alle in sicherheit und ich als arena leiter werde mich den dynamix pokémon in kampf stellen natürlich es spielen gleich mehrere pokémon zurück hier dann sind was mehrere deswegen hat man den letzten kampf auch alleine glaube ich gehabt vielleicht sollte ich doch mal erst mal die texte noch ein bisschen lesen mal sehen ob das funktioniert wenn ich jetzt doch mit ihnen deine max machen oder was warum kann ich mit ihnen keine max machen auch hageln hier natürlich auch noch was auf die schnauze tschüss weg mit dem weg mit dem vielen dank die pokémon haben sich alle wieder beruhigt können wir den pokémon etwas holen hier im stadion da fühlen sie sich bestimmt bald wieder besser er hat auch wieder eine neue liga karte da schau ich doch glatt mal rein die neue liga karten sehen irgendwie cool aus es gibt noch andere ort dann die top total max pokémon ja das wissen wir zwei haben wir noch aber erstmal richtig die liga karte sind da nino so sieht ja auch eine maske aus ernsthaft der sieht ja schnuckelig aus auch nicht schlecht denn weiß man wie er mal ohne gesichter ohne gesichter ohne maske aussieht und dann fragen wir sich warum er die maske auf hat das nächste ist hier die eis arena hier gibt es momentan echt nur schlag auf schlag auf schlag ein witz sei sie sind hier um zu helfen wo ihr seid das ist mir vor lauter aufregen gar nicht aufgefallen ernsthaft naja kannst du dich entspannen hier schön vier deinem ex pokémon treiben hier gerade ihr unwesen und ich habe ich grübel schon die ganze zeit wie ich mir nicht fertig werden soll vier stück ja das sollte mit bei als typ ja fix gehen denke ich mal ich verstehe nicht dass man mit ihm kein dynamax machen kann anscheinend auch nö 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 ist nicht geheilt das sieht scheiße aus das sieht ganz gut aus nein 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 ernsthaft da wollte mir doch keine großen gedanken zu machen kann man ja zum klicken noch ein anderes pokémon einsetzen feuerfähiger sollte reichen was ernsthaft die attacke ging daneben ernsthaft ganz ehrlich das tief ist so groß und dann geht die attacke daneben wir wollen mich doch verarschen das ist alles nur eine verarsche hier ja das war eine knappe sache schon allein alleine mit einem dynamax pokémon fertig zuweiten ist immer kein kinderspiel dass man sich immer auf dich verlassen kann wusste ich bereits aber hopp du hast heute bewiesen dass man auf dich bauen kann oh freudig haha ok gleich nochmal gucken wie die neue karte aussieht ja gleich labern die dass nur noch eine arena übrig ist und die neue liga karte von mel sieht so aus wer zum teufel ist der typ etwa ihr mann gut mein beil halt so wie der aussieht leidet der schon aber jetzt gehe ich erstmal ins pokémon center wenn ich wüsste wo das pokémon center hier ist pokémon center wo ist hier das pokémon center da ist das pokémon center was soll das denn und einmal fit machen danke und tschüss was sollt ich lasse so auf zur letzten arena das ist die da vorne eine die feen arena auch ne das heißt wir werden bettys wiedersehen betsy 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 wir sehen dich wieder betsy ich hoffe du bist nicht so ein nervenbolzen na tatsächlich er ist es wirklich er guckt du nicht so überrascht ihr hier betsy was ist mit den dynamix pokémon und dachte die etwa ernsthaft dass sie mir irgendwelche probleme bereiten würden mir ein feener alleine der absoluten spitzenklasse das ist ach stimmt ja du bist ja jetzt arena leiter nur bei der spitzenklasse bin ich mir nicht so sicher ja gehe ich recht in der annahme dass ihr hier seid um mir halt zur hand zu gehen ja nicht zu wundern aber ein trainer der absoluten spitzen braucht keine für ja dann gehen wir alleine rein ein einfaches danke hätte er auch getan wir haben uns sorgen gemacht mit so einem unausstehlichen arena leiter kann die nächste arena challenge ja heiter werden ja das habe ich mir auch schon gedacht olivia hat mich hinters licht geführt und ihre zweckte missbraucht aber für jetzt an entscheide ich über mein leben ich ganz allein ist doch besser so und entscheidet dass wir beide auf der stelle gemeinsam kämpfen was ich werde kein spielverderber sein aber für haben wir jetzt keine zeit aber was will die denn jetzt schon wieder meine quizreihen könntest du damals auch mit glühlen kopf beschweren es besteht kein grund jetzt die fassung zu verlieren weil es hat einhändig die drei dynamics bezwungen und euch damit gewissermaßen zusätzlich zeit verschafft außerdem lässt er sich nicht mehr von anderen weil seine entscheidung beeinflussen ja wobei ich ihm schon ein stück weit meinen stempel aufgedrückt habe jetzt muss sie es erwähnen ja das haben sie wohl wer achtung dass sich ja auf dem buckel hat wird bestimmt auch ein oder andere nützliche weisheit parat haben egal ernsthaft 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 warum gegen den und 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 Neh, mal ehrlich, warum? 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 Äh, Gardewoar. Meinst du, es ist die Krache? Oh, Mann. Ah, weg damit. Weg. Weg. Eigentlich braucht man nicht. Hallo, ba. Ich will es schnell hinter mir bringen. Diesen mächtigen Pony-Viecher, ey. Ich will es schnell in意. Von Scher if I die Kaffee! Ich will es schnell in意. Ich will es schnell in意. Du bist echt. Ich will es schnell in意. Ich will es schnell in意. Und du bist. Ich will es schnell in意. Ich wusste nicht mal, dass man da was sagen könnten könnte, aber egal. Oh! Ganz oft, ich hab Genesung. Hat sich noch so viel gebraucht. Aber es scheint nicht so krass betroffen zu sein wie sonst. Oh, Pipi entwickelt sich. Sehr gut. Ach nee, Pi. Und ein neues Pokémon. Das Feen-Pokémon. Oh! Oh! Das heißt, Ohafni kriegen wir jetzt auch. Hat doch lange genug gedauert. Na, unter was wird das eingeschaltet? Schallwellen-Pokémon. Okay, gut. Mit den Ohren auch kein Wunder. Und es bleibt eine Attacke. Drachenpult. Oh! 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 Endlich kann ich dich auch als Champ anerkennen. Vielen Dank für diesen Kampf. Es fühlt mir schwer, das offen zu drehen, aber du hast mir damit einige meiner Schwaschen aufgezeigt, okay? Ich werde an mir arbeiten und ein besserer Trainer werden, so lange, bis ich das Potenzial habe von vielen Pokémon voll... Okay. Okay. Boah. Vielleicht zwei neue. Bin ich mal gespannt, wie... Hm. Wenn ich nicht verzählte, haben wir damit alle Stadion abgehakt. Jetzt müssen wir noch schnell die Clowns schnappen. Hm. Hm. Ah. Es klingelt mal wieder. Ich bin Sanja. Mal sehen. Ha. Bin ich gut. Die beiden Clowns haben sich zu dritt zum Close-Stadion verstappt und stehen gerade vor dem Eingang zum Energiewerk. Die Tür darin ist zwar verschlossen, aber ich bezweifelt, dass die Verriegelung ein Ärzte als Hindernisse für sie darstellen wird. Okay. 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 Das heißt, wieder zurück zum Close-Stadion. Aber ich will mal vorher die Karten sehen. Okay. Wie er da so stramm steht. Okay. Wie er da so stramm steht. Das war vorher vor dieses arrogante Ding. Und dann das. Oh. Hang mal. Ist da was? Ah, doch hat er doch. Aber da sieht er zumindest deutlich fröhlicher aus. Hat zumindest was Besseres. Einmal speichern. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.